Wir reden fast jeden Tag über das Thema Sex und streiten auch fast jeden Tag deswegen, weil mein Partner einfach viel mehr Sex will als ich. Er will eigentlich jeden Tag mit mir schlafen. Mir reicht einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen. Mittlerweile würde ich am liebsten eigentlich gar keinen Sex mehr haben, weil das Thema mit so viel Druck behaftet ist. Es steht einfach immer zwischen uns und wir haben das Gefühl, wir finden da einfach überhaupt nicht mehr zueinander. Das ist was, was mir ganz, ganz viele Frauen beschreiben, die bei mir in der Beratung sind. Ihr Partner hat einfach einen viel höheren Sex-Drive als sie. Er möchte viel, viel mehr Sex haben. Und sie wissen nicht so richtig, was sie da tun können, wie sie da rauskommt. Sie haben das Gefühl, das ist so ein unlösbares Problem, weil man nicht ändern kann, wie viel Sex er haben will und dass er so viel mehr Sex will als sie. Und ich verrate dir heute, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner so viel mehr Sex will als du, wie ihr die Situation entschärfen könnt, wie ihr zueinander finden könnt und eine Lösung finden könnt, sodass er mit eurem Sex wieder zufrieden ist und du auch. Ich bin Lisa Mucke, ich bin studierte Kommunikationspsychologin und Sexualtherapeutin für Frauen und Paare und ich helfe Frauen dabei, wieder mehr Leichtigkeit in die Sexualität zu bringen und wieder mehr Lust auf Sexualität zu haben. Zu mir kommen ganz, ganz viele Paare in die Beratung, die eigentlich genau das Problem beschreiben, nämlich, dass er viel mehr Sex möchte als sie. Und das Problem ist, dass bei ihr dann ein sehr großer Druck entsteht, dass sie denkt, okay, wir sollten mehr Sex haben. Ich würde ihm das eigentlich auch geben. Ich möchte, dass nicht diese Spannung in der Beziehung ist und gleichzeitig habe ich aber einfach weniger Lust und ich kann das nicht so wirklich ändern. Und ein erstes ganz großes Problem ist, wie die Sache gesehen wird. Und zwar ist es so, dass man häufig von Bedürfnissen oder sogar auch vom Sexualtrieb spricht. Also, dass die Paare dann erzählen, hey, der Mann hatte einfach ein höheres Bedürfnis. Er braucht einfach mehr Sex. Sein Sex-Drive ist ausgeprägter. Und wenn man das so sagt und das so sieht, dann hat man das Gefühl, das ist was, was unveränderlich ist. Er hat einfach dieses Bedürfnis, das ist ein Steingemeister, das kann man nicht ändern und sie hat einfach auch dieses Bedürfnis. Und ganz wichtig ist, dass du dir als allererstes klar machst, dass man das so ein bisschen aufweichen kann. Und was ich in Beratungen immer mache, ist, dass ich darauf hinweise, dass sexuelle Lust sehr kontextsensibel ist. Das heißt, dir muss klar sein, dass du in der aktuellen Situation, wie sie ist, weniger Lust auf Sex hast. Und da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Wie ist denn euer Alltag gerade? Wie belastet bist du gerade? Wie ist der Sex gerade? Und das ist was, was man alles verändern kann. Das heißt, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, hey, ich habe einfach weniger Lust auf Sex als er, dann sage ich erst mal, okay. Das heißt, in der aktuellen Situation, unter den aktuellen Umständen, hast du weniger Lust als er auf den Sex, den ihr aktuell habt. Klingt so ein bisschen schwierig, aber da kommt raus, die aktuelle Situation, das heißt, die Zeit kann sich verändern, die Umstände, euer Alter kann sich verändern und der Sex, den ihr aktuell habt, die Sexualität, die ihr gerade lebt, das ist auch was, was sich verändern kann. Und dann wird das Ganze aufgeweicht und man ist nicht mehr vor diesem Problem von, er will einfach mehr Sex, ich will einfach weniger Sex. Und dann kommt es zu einer Lösung von, ah, okay, so wie wir gerade Sex haben, so möchte ich weniger Sex. Aber vielleicht gibt es da auch ein bisschen Spielraum und den kann man dann explorieren. Bevor wir jetzt da hinkommen, was ich dann konkret in der Beratung mache, um das ganze Problem wirklich aufzulösen und da hinzukommen, dass ihr wieder entspannter mit dem Thema umgehen könnt und zueinander findet, ist erst mal noch wichtig, dass du die zwei größten Fehler kennst, die Frauen machen. Und zwar ist es der Denkfehler, die andere Person ist für die Erfüllung meiner sexuellen Bedürfnisse zuständig. Wenn wir in der Beziehung sind oder verheiratet sind, dann ist es häufig so, dass Menschen denken, okay, ich bin jetzt mit meinem Partner zusammen. Sexualität ist jetzt was, was uns beide betrifft, weil wir haben es ja miteinander und wenn mein Partner Lust auf Sex hat, dann bin ich dafür verantwortlich, dass wir genug Sex haben, dass er glücklich ist. Und das ist nicht wahr. Nur weil du mit ihrem zusammen bist, ist es nicht automatisch so, dass du ihn dann auch sexuell befriedigen musst, sondern jede Person bleibt weiterhin selbst für die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse zuständig. Das heißt, du als Frau bist nicht dafür verantwortlich, dass dein Mann so viel Sex hat, wie er gerne möchte, sondern wenn er dann ein Bedürfnis hat, dann ist er dafür verantwortlich, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und wenn du keine Lust auf Sex hast, dann darf er sich gerne weiterhin selbst befriedigen. Dann ist es nicht so, dass du dafür hinhalten musst oder dass er dann gar keinen Sex haben darf, gar keine Sexualität leben darf, sondern das darf er selber gerne so viel machen, wie er möchte. Und jetzt werden manche Männer vielleicht sagen, man ist ja total fies, das kann ja nicht wahr sein, dass meine Frau jetzt nicht für meine Bedürfnisse verantwortlich ist. Wir sind ja in einer Beziehung. Wenn man sich da wichtig ist, dann ist es ja klar, dass man aufeinander zugeht. Und das, glaube ich, ganz wichtig ist abzugrenzen. Erstmal, ja, ihr seid in einer Beziehung. Es ist wichtig, dass ihr aufeinander zugeht. Es ist wichtig, dass ihr daran arbeitet. Ihr sollen deine Bedürfnisse ja auch nicht egal sein. Aber sie ist nicht in einer gewissen Pflicht, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das willst du auch gar nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich klar zu machen. Viele Männer denken im ersten Moment, oh, ich will einfach nur mehr Sex. Das stimmt aber nicht. Was du wirklich willst, ist nämlich nicht, dass deine Frau sich einfach dazu zwingt, es über sich ergehen lässt, dabei einfach nur da liegt, an was anderes denkt, die Zeit kaum abwarten kann, bis es endlich vorbei ist. Und dann denkt, oh Gott, endlich habe ich es hinter mich gebracht. Ich hoffe, es dauert jetzt ein Weilchen, bis er das nächste Mal ankommt. Sondern was du ja willst, ist, dass deine Frau wirklich Lust hat, es wirklich genießt, wirklich Spaß dabei hat, dich wirklich will, dich wirklich begehrt. Und das wirst du nicht bekommen, wenn sie einfach nur denkt, okay, ich mache das jetzt, um dein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, das ist das erste ganz Wichtige. Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Fehler, was viele Frauen machen, nämlich, dass sie es einfach tun. Er will mehr Sex als ich, gut, dann mache ich es einfach. Das ist was, was ich so oft höre. In Erstgesprächen, in Beratungen, bei kurzen Telefonaten, dass Frauen mir sagen, hey Lisa, ich habe es dann einfach gemacht. Ich hatte nicht so viel Lust, aber ich wollte nicht immer streiten, ich wollte, dass sie gut geht. Und dann habe ich einfach so mitgemacht, obwohl ich eigentlich keine Lust hatte und obwohl ich eigentlich dabei nur gewartet habe, dass es vorbei ist und obwohl es mir nicht gefallen hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Macht es nicht, denn es löst euer Problem nicht. Es löst euer Problem, sondern es schafft Distanz rein, weil du nicht ganz offen und ehrlich bist zu ihm, weil du ja nicht sagst, hey, ich habe eigentlich keine Lust, sondern du halt irgendwie mitmachst und ihr schlechten Sex habt, zumindest für dich, für ihn aber vermutlich auch, weil er auf jeden Fall spürt, dass du nicht 100% da bist, dass du es nicht 100% gut findest und das ist ja nicht, was ihr für euch wollt. Mach nicht einfach mit, wenn du nicht möchtest und du bist nicht für die Erfüllung seiner Bedürfnisse zuständig. Jetzt ist aber ganz wichtig, diese beiden Fehler, kann man sich angucken, kann man vermeiden, da hat man ja aber auch noch keine Lösung. Weil du wahrscheinlich auch als Frau sagst, ja, das ist schönes zu hören, das ist auch irgendwie befreiend. Mein Partner möchte trotzdem mehr Sex als ich, was können wir tun? Und jetzt komme ich dazu, was die vier Schritte sind, die ich in Beratungen immer gehe, wenn dieses Problem da ist, dass er einfach viel mehr Lust auf Sex hat. Das Erste, was du tun solltest, ist das Thema ganz offen ansprechen. Es ist vermutlich so, dass ihr beide schon mehr oder weniger darüber geredet habt, vielleicht auch darüber gestritten habt, aber meistens ist es so, dass der Partner sagt, man, ich bin unzufrieden, wir müssen irgendwie mehr machen und die Frau dann sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht so Lust. Und wichtig ist, dass man sagt, okay, hör zu, ich habe nicht so viel Lust auf Sex wie du, das stimmt. Mir würde aktuell so und so viel reichen, vielleicht einmal die Woche, vielleicht einmal alle zwei Wochen und ich merke, dass du dir mehr wünschst, lass uns an dem Thema arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass ihr da erstmal so ein Übereinkommen habt und so ein Verständnis von, hey, okay, das ist die Situation, mein Bedürfnis ist das, dein Bedürfnis ist das, lass uns daran arbeiten. Ich bin bereit, was zu tun, dass sich was verändert zwischen uns und dass es uns beiden wieder besser geht mit der Situation, denn wir leiden ja beide darunter. Und jetzt kommt der zweite Schritt und der ist ganz, ganz wichtig, den vergessen aber ganz viele Paare. Denn wenn ihr ein Problem mit der Sexualität habt, ja, wie jetzt, er möchte viel mehr Sex als du, dann denken viele, okay, dann müssen wir was am Sex verändern. Das stimmt aber nicht. Ihr habt nämlich erstmal ein Beziehungsproblem und ihr müsst erstmal schauen, dass ihr da zueinander kommt. Und deswegen ist der zweite Schritt, Verständnis füreinander zu haben. In meinen Beratungen ist es meistens so, dass die Frauen schon Verständnis für den Partner haben und sagen, ja, ich kann schon verstehen, dass er sich mehr Sex wünscht und das tut mir auch total leid, dass er da mehr Nähe, möchte mehr Intimität, mehr beisammen sein. Ich kann es gerade nicht geben, aber es ist, ja, es tut mir wirklich leid für ihn. Ich kann es verstehen, dass er darunter leidet. Und meistens haben Männer nicht ganz so viel Verständnis dafür, sondern Männer sagen so, hä, ich verstehe das überhaupt nicht, warum sie da keine Lust drauf hat. Das ist doch die schönste Sache der Welt. Warum will sie nicht mehr Sex haben? Das ist doch toll, es macht Spaß. Verstehe ich nicht. Und der Hintergrund ist meistens, dass sowohl Männer als auch Frauen einfach sehr wenig Ahnung von weiblicher Sexualität haben, von weiblicher Lust und was weibliche Lust braucht. Das heißt, die beiden wissen nicht, dass es für Frauen einfach deutlich schwerer ist, in eine Lust zu kommen als für Männer und denken deswegen, hey, mit dir ist irgendwas falsch, mit dir ist aber gar nichts falsch, sondern weibliche Lust funktioniert einfach anders. Ich hatte neulich ein paar in der Beratung. Die Situation war so, die beiden haben zwei kleine Kinder, noch sehr klein. Das kleinere Kind war noch zu Hause, das größere war schon in der Kita und sie hat die meiste Kehrarbeit übernommen. Das heißt, sie hat sich zu Hause um alles gekümmert, um die Kinder gekümmert, um den Haushalt gekümmert, ganz, ganz viel gemacht, hatte gar keine Zeit für sich, gar keine Pausen und hat sich mit sich einfach nicht wohlgefühlt. Sie konnte nie durchatmen, sie konnte nie was für sich machen. Sie hat sich wieder in ihrem Körper wohlgefühlt, noch sonst, sodass sie gesagt hat, oh ja toll, ich führe gerade hier in ein Leben, wo ich mega erfüllt bin, mega entspannt bin, voll in meiner Mitte bin, was ja auch in gewisser Weise normal ist mit kleinen Kindern. Er hingegen war arbeiten und wenn er nicht arbeiten war, hatte er Zeit für seine Projekte, also hat er für Sport gemacht, dann irgendwas rumgewerkelt und war dadurch sehr ausgeglichen und sehr entspannt. Und dadurch kam es, dass er relativ viel Lust auf Sex hatte und sie eher weniger. Und da habe ich darüber aufgeklärt, was Sex oder Lust eigentlich braucht. Dass es braucht, dass man keinen Druck hat, dass man entspannt ist, dass man stressfrei ist, dass man zum Beispiel Zeit für sich hat, dass es in der Beziehung gut läuft, dass man sich wohlfühlt mit sich. Das ist ganz wichtig. Lust auf Sex wirst du immer dann entwickeln, wenn du dich attraktiv fühlst, nicht jemand anderes. Und der Partner hat gefragt, ist das wirklich so? Also es ist wirklich so, dass du entspannt sein musst, ausgeruht sein musst, was für dich machen musst, dich wohlfühlen musst in der Situation, dass die Beziehung schön sein muss? Zählt er wirklich so viel rein? Das brauchst du alles, um Lust auf Sex zu haben? Und er war total überrascht und sie war dann so fast schuldbewusst. Aber auch und wie erleichtert er meinte, ja, tatsächlich hilft es mir, wenn ich entspannt bin, wenn ich ausgeruht bin, wenn wir keinen Streit haben. Und das wieder ganz wichtig ist, dieses Kontextsensible, was Frauen haben. Frauen achten eben auf viel mehr Faktoren, die notwendig sind, um Lust entwickeln zu können. Das heißt, der Mann muss auch verstehen, wie sexuelle Lust funktioniert und ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, warum du gerade eventuell keine Lust auf Sex haben kannst. Denn wenn das so ist, wie in der Situation, dann ist es sehr, sehr schwer, eine Lust auf Sex zu entwickeln, weil da eben einfach gar kein Raum da ist für sich selbst, kein Raum für Sexualität, kein Setting, in dem man sich wohlfühlt, in dem man entspannt ist, in dem man in der Beziehung mit dem Partner verbunden ist. Und dann ist auch ganz wichtig, was sich direkt daraus ergibt, nämlich, dass auch beide daran arbeiten müssen. Also manchmal habe ich es wirklich so, dass der Partner so ein bisschen in die Beratung kommt und sagt, so, ich gebe jetzt hier meine Frau ab, liebe Lisa, reparier sie mal bitte, sie hat irgendwie nicht so viel Lust, irgendwas ist mit ihr falsch und dann kannst du sie mit zurückgeben, wenn sie wieder Lust auf Sex hat. Und ganz viele Paare haben nicht im Kopf, dass beide daran beteiligt sind und dass beide da einen großen Teil tragen, die Männer ganz genauso wie die Frauen. Und wenn du das jetzt als Mann gucken solltest, du bist genauso mit Schuld darin, dass deine Frau wenig Lust auf Sex hat wie sie, weil du genauso daran beteiligt bist, ein Setting zu schaffen, in dem ihr beide Lust auf Sexualität habt. Und nur weil es dir viel leichter fällt, in Lust zu kommen, heißt das nicht, dass du da aus der Verantwortung raus bist. Das heißt, was ihr machen müsst, ist anstatt zu sagen, okay, einer von uns beiden ist jetzt schuld, einer müsste anders sein, zu sagen, okay, was können wir denn zusammen machen, um den Alltag, um ein Setting zu schaffen, wo wieder mehr Lust auf Sex da ist. Und bei dem Fall war das ganz konkret, dass der Mann mehr in der Care-Arbeit übernimmt, dass er sie mehr unterstützt, mehr im Haushalt macht, mehr die Kinder hat, sie dadurch mehr Pausen hat. Und was ich ganz gerne sage, ist, dass wenn in einer Beziehung eine Person sexuelle Unlust hat, sagen wir die Frau, und die Frau deutlich mehr belastet ist, als der Mann, dass man einfach mal Rollen tauschen muss, dass der Partner einfach mal all die Aufgaben übernehmen muss, die sie so macht, für ein, zwei Wochen lang. Und meistens, wenn Männer dann ganz viel Care-Arbeit machen, ganz viel mit den Kindern sind, nicht mit ihren Freunden ein Bierchen trinken gehen und zum Sport gehen und sich sowieso total gut fühlen, männlich fühlen, viel Testosteron ausgeschüttet wurde, sondern sie mit den Kindern sind, die ganze Zeit werden sie gefordert, gebraucht, voll gekotzt, die ganze Zeit will jemand was, dass dann auch die Männer weniger Lust auf Sex haben und die Frauen mehr Lust, weil sie eben entspannter sind, ausgeglichener sind, dass es ihnen besser geht. Schaut ganz konkret im zweiten Schritt, wie können wir einander besser verstehen, was braucht meine Partnerin und wie können wir den Alltag anders gestalten, sodass da mehr Raum für Sexualität, sexuelle Lust ist. Das dritte, was ich dann immer mit den Klienten mache, ist die Sexualität verändern. Und wichtig ist da, dass man wegkommt von der Anzahl hin zur Art und Weise. Das heißt, nachdem ihr dann geguckt habt, wie können wir das Setting verändern, sodass wieder mehr Lust auf Sex überhaupt im Alltag entstehen kann, schauen wir, was machen wir denn beim Sex alles. Und wenn du als Frau viel weniger Lust auf Sex hast, dann kann es gut sein, dass dir der Sex einfach nicht so gut gefällt. Bei dem konkreten Paar war es zum Beispiel so, dass sie immer Abends Sex hatten, sie war völlig erschöpft vom Tag, hat gerade die Kinder ins Bett gebracht, möchte einfach nur noch schlafen und er kommt vom Sport, bevor er wieder arbeitet und sagt, hey, jetzt hätte ich noch Lust, wie sieht es aus? Und sie sagt, bitte lass mich einfach in Ruhe. Dann kann es auch sein, was viele Frauen mir beschreiben, dass der Sex sehr kurz ist, dass es irgendwie kein langes Vorspiel gibt, dass es sehr schnell zur Penetration gibt und dass Penetration auch der Hauptfokus ist. Das ist übrigens nicht das, was die meisten Frauen am besten finden an Sexualität. Also da kann man auch gucken, wie man die anderen Spielräume erweitert. Und dann ist es auch so, dass es häufig auch so ein bisschen an Fantasie fehlt beim Sex und dass es sehr routiniert ist, immer sehr ähnlich, immer relativ kurz gehalten wird und dass es auch sehr vorhersehbar ist. Und dass dieses vorhersehbare Relle nicht das ist, worauf man wirklich Lust hat, sondern immer so ein bisschen routinemäßig, das, das, das und das war's da. Und da schauen wir, wie kann man mehr Spielerisches reinbringen, wie kann man mehr Elemente reinbringen, auf die man wirklich Lust hat, wie kann man neue Dinge ausprobieren, nicht Stellungen, nicht Sexspielzeuge, sondern Dinge, die du wirklich spannend findest. Das ist ganz, ja ganz schön, so eine kleine Anekdote. Ich hatte gestern eine Beratung und da meinte die Frau dann zu mir, so Lisa, wie können wir denn jetzt mehr spielen? Und dann war ich mir erst nicht sicher, was sie meint. Und dann war ich mir jetzt so Sexspiele bestellen, also es gibt ja so Kartenspiele, und sie so, nee, nee, ich meine, wie können wir jetzt mehr so was Spielerisches reinbringen? Und das ist genau der Punkt, wo du hinkommen möchtest als Frau, dass du sagst, okay, wie kann ich jetzt wieder was Spielerisches reinbringen, wie kann ich jetzt was reinbringen, worauf ich wieder wirklich Lust habe? Das ist es, was man finden muss, was häufig nicht so leicht ist, allein zu finden, aber in der Beratung geht das sehr, sehr gut, weil man da ja sehr viel Auswahl präsentiert bekommt, dass man das so machen kann beim Sex. Und wenn man das gefunden hat und den Sex verändert hat, dann ist auch wieder mehr los da. Der vierte Schritt ist dann einen gemeinsamen Weg finden, beziehungsweise einen Kompromiss und nochmal ganz offen darüber zu reden, okay, was kann ich geben, was brauche ich, um Lust zu haben, was können wir aber vielleicht auch machen, wenn es mal nicht funktioniert, wie kannst du als Mann in der Bedürfnis dann auch befriedigen, wie kannst du dann auch zufrieden sein? Und häufig ist es so, dass durch so eine Veränderung der Sexualität schon wieder mehr Lust da ist, dass aber auch die Sexualität sich einfach ganz viel verändert und er spürt, okay, sie hat Lust dabei, sie findet das toll und sich der Alltag auch verändert und man im Alltag wieder mehr Nähe hat, mehr Umarmungen, mehr Berührungen, mehr Zärtlichkeiten und das allgemein dazu führt, dass er sich wieder mehr geliebt fühlt, mehr begehrt fühlt und natürlich auch ein ganz anderes Verständnis für sie hat und nicht das Gefühl hat, okay, sie will einfach nicht, sie findet mich nicht mehr geil, sondern weiß, okay, heute war ein super stressiger Tag mit den Kindern, deswegen wird es für sie jetzt sehr schwer, sich auf Sexualität einzulassen, das aber nicht mehr so auf sich bezieht. Und dadurch kommt er wieder eine sehr große Zufriedenheit in die Beziehung. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil ihr so viel mehr Sex habt, sondern weil ihr einfach anderen Sex habt und einen sehr anderen Umgang miteinander. Weil da Verständnis da ist, weil da Nähe da ist, weil da wieder Begehren da ist, weil da Leichtigkeit da ist.